Musik Also wir sind hier im Klosäum in der Wandersmannstraße 2b neben der Kirche des Humors. Wir fangen jetzt an mit dem Darm. Der Darm ist 7,40 Meter lang wie der Originaldarm. Er ist so lang wie ein Feuerwehrauto. Musik Hier sind wir im Museumsshop und hier kann man die ganze Scheiße kaufen. Jeder Mensch geht in ein Restaurant und einen Kaffee rein und schaut, wo sind die Schilder. Wo, wenn ich mal muss, wo gehe ich dann schnell in. Und darum haben wir die gesammelt aus aller Welt, die Toilettenschilder hier. Hier haben wir die Popopolitik. Das ist das Politische in der ganzen Kacke, Scheiße, Kot. Und hier sind die drei, die drei großen, die drei großen Diktator als Klubürste. Hitler, Stalin und Mao. Musik Am Arsch der Welt sagt man ja auch bei uns, hier sieht man, wie Europa auf Südafrika runter schaut. Hier selber ist dann der Globus mit den ganzen Kriegen, die wir überall leider noch haben. Und hier sind dann 240 Toilettenrollen aus aller Welt. Jetzt gehen wir hier rein, gehen durch diese Würste und sind im Schlaraffenland. Denn man muss sich erst durch das Schlaraffenland durchbeißen, um dann überhaupt ins Paradies zu kommen. Das ist die große Prüfung. Musik Damit beenden wir die Reise des Klosäums. Und ich würde mich riesig freuen, wenn Sie bald kommen. Sonntags, wie gesagt, von 11.11 Uhr bis 17.17 Uhr. Bis den letzten Sonntag im August. Kommend schauen, Freude haben. Und eins darf ich Ihnen sagen. Geschrieben oder gesehen stinkt scheiße nicht. Musik Nummer 3 Mut Untertitelung des ZDF, 2020